8x4 GHz Und 16 GB ROM Die Grafikkarte ist eine von AMD Radeon Wie hieß die? AMD Radeon X9 oder so 250 irgendwas Ne R9 R9 250X Keine Ahnung R9 Oh cool One Hit Ist übelst klarkommen mit so einem riesen Bildschirm Verschluckt Alter wie krass Op zu müssen Alter was Finkf Ich und OP Gegen einfache Gegner Aaaaaaah Das ist ja jetzt schwerer Modus hier Hab ich völlig vergessen ja komm leck mich doch am Arsch alter hinterher sind die geister da nur drin, wenn das wärs irgendwas ist hier und macht komische geräusche hier bin ich gestorben immer noch so einer nicht mal wüsste was das für ein geist ist hier sind noch voll viele von diesen plattformen ach ach ich brauche noch mehr davon ist das eine oder sind das zwei? das ist das eine ne? ich frage mich wo ich seh was? da habe ich jetzt keinen nerv dahinter her zu jagen ach ich weiß nicht was ich tun kann so richtig großartig ich müsste in eine höhle wenn ich so auf die karte gucke dann habe ich hier vorne und da hinten so ein bisschen drin rum gekratzt so ich könnte da hinten rein kriechen weißt du das mach ich einfach mal ich bringe mal mein scheiß hier weg und dann mach ich das so wo ist denn jetzt die blöde ich meine ich habe das noch auf die karte sich ich hab mich gerade erschrocken da war ein Eichhörnchen das ist so grausam Eichhörnchen mäßig da hat er dort hier gegen geeiert das ist echt grausam wichsel gedöhnt hast du nicht gesehen ich brauche Holz wo hab ich denn Holz gelassen? hier ist Holz, das wollte ich für mein Haus benutzen oder Fackeln danke danke da sind sie machen mir Angst machen mich nervös leck mich am Arsch alter du auch und wenn ich mit diesem pink Eis in die Gegend rumpf lassen wir rüber so jetzt lauf ich einmal in die andere Richtung und versuche da irgendwie irgendwie was hinzufunzen dieses Ding hier stört mich total leck mich doch leck mich doch ich bin auch fasziniert wie flüssig das Spiel läuft jetzt nicht mehr mit so Rucklern höchste Ruckler sind zwischen 60 und 54 Frames auf tuben so das schenkt o ... ca Was willst du tun, ne? Ich bin ja voll wieder reingesprungen, ne? Alter, jetzt bleib doch mal geschmeidig, lass mich mal in Ruhe hier. Oh. Ich sollte laufen, einfach nur geradeaus. Ach. Da ruckelt das ganz leicht beim Laden von den verschiedenen Dingern hier. Da ist schon wieder ein Geier. Da ist noch ein Geier. Oh Gott, wo kommen die alle her? Ja. Zazag. Ach guck mal, das hier haben wir früher auch mal rumgebuddelt, ne? Alter, wie sich die ganze Welt verändert, ne? Ja, leck mich doch am Arsch. Alter, langsam nervt es mich auch, dass ich das die ganze Zeit sage. Im Ernst. Soll ich mit diesem dunklen Sand machen? Den werde ich doch nie wieder los. Nur noch normaler Sand dazwischen. Bald haben wir es geschafft, dann kann ich vielleicht auch mal ein bisschen Erz abernten. Ein bisschen was Sinnvolles. Ich sollte mir immer mal ein Betten hinstellen, ehrlich. Immer sinnvoll. Großer Pinkerschleip, ach so. Ich dachte, er hätte mehr Power. Was willst du tun? Enter. Nack, nack. Nack, nack. Nack. Das war's mit Enter. Ich glaube, ich sollte mir ein bisschen Holz mitnehmen, oder? Ach, ich brauche die scheiß Axt hier. Dann kann ich mich zumindest mal fucking bauen, wenn ich sie brauche. So, weil ich hatte ja letzten Folgen schon Probleme. Meine. Ich gucke mir doch meine Folgen nicht an. Bin ich bescheuert? Alles nochmal doppel zu sehen. Ich gucke die mir kurz beim Rennen nochmal ein bisschen an, damit ich weiß, was... wie ich die nennen kann, beziehungsweise gucke ich mir die an, wenn ich sie hochgeladen habe. Oh Gott, was bist du denn fernlanger Fisch? Ich kenne dich nur, woher. Oh, jetzt habe ich Froschkappen gemacht. Oh nein. Du schon wieder. Du wirst mich diesmal nicht kaputt machen. Oh, nicht diese Riesenschildkröte. Und auch nicht dieses Schnapperdingen. Oh Gott! Das würde ich alle machen. Mit meiner Eispfeile. Oh Gott. Leck mich doch! Alter, was? Nee. Was sind denn das für mega überpowerte Viecher? Warum bin ich so scheiße schwach? Ich sollte mich irgendwo einfach aufhängen und das letzte Playoff... Genau, da oben. Da baue ich mir jetzt ein Seil hin oder so. Ernst, ich gehe jetzt einfach in die Erde und hoffe, dass ich da... ... eine Scheiße finde. Ehrlich. Ehrlich. Nee, da ist doch was, oder? Ich brauche drei, ne? Bist du denn für einer? Nur ist das Rote. Nee, das bräuchte ich nicht. Jetzt holen wir noch das Pinke. Ach so geht's einfacher. Oh, da ist das Rot. Das kann ich aber nicht abbauen. Verdammt! Da hinten gibt's aber ein Pinke. Wo komm ich da hinter? Von hier unten, ne? Das ist das Adamantit. Das schönste Erz. Ja, jetzt hätte ich gerne nur noch ein bisschen mehr. Lass mich doch in Ruhe. Hm? Ich weiß, wenn ich mal hier auf die Karte gucke. Und sehe... Es gibt da unten noch. Da unten noch. Da unten noch. Da unten noch. Wie sieht das Bild gerade so ein Ding mitten im... Auf dem Bild? Es ist schon wieder weg. Hm. Ich muss nach da unten noch. Da unten noch. Da unten noch. Hier oben auch noch. Nee, das ist das Rot. Ich weiß auch nicht, wie man an diese Seelen kommt. Ob es das in einer bestimmten Tiefe gibt oder sowas. Ein Kollege hat mir das mal erklärt, aber ich hab's nie gecheckt. Ich darf nicht so lange rumbauen, wie ich lustig bin. Hier krieg ich Seelen, ne? Hier sind auch diese Kristall. Ah, cool. Hier droppen die per Zuckerseelen, oder? Ich bin zufrieden, wenn's läuft. Das ich jetzt hier die ganze Zeit aufnehmen und nichts, äh, gebacken kriege, oder so, oder so, oder irgendwas... ...technische, fehlermäßig, so, nicht wieder auf uns. Das wär' ja Katastrophe, überhaupt. Das wär' ja Katastrophe, überhaupt. Erdisch. Oh, schick. Sehr geil. Ich hoffe, ich kann mir gleich das Amboss bauen und vielleicht ein Bohr, oder sowas. Das wäre echt schön. Wenn ich zumindest sagen, dass wir heute mal ein bisschen was geschafft haben. Ob nicht nur die ganze Zeit doof in der Gegend rumgeeiert sind, wie jetzt am Anfang, so ein bisschen. Ich will die da, diese Viecher da gefunden haben, komm. Lenk mich drüber. Oh, es will ja immer mehr hier. Das ist das Chaos Elementar. Ich bin noch nicht so stark.